Guten Tag, ich bin der Dr. Axt. Ich habe eine Zahnarztpraxis in Kellen-Musen und eine für diese Zeit der modernsten, die es gibt. Wir schreiben das Jahr 1920 und ich möchte Ihnen heute mal einiges von meinem hochmodernen Instrumentarium vorstellen. Kern ist dieser wunderbare Behandlungsstuhl, auf dem werden Sie sich kaum anders fühlen als auf Ihrem eigenen Sofa zu Hause. Sehen wir, hier können Sie Ihren Kopf anlehnen, ich kann alles verstellen, ich kann Sie in die ideale Lage bringen, Sie zu behandeln. Dieser Bohrer hier, den treibe ich mit meinem eigenen Fuß an und zwar so schnell, dass sich die Welle in einer Geschwindigkeit dreht, dass wenn ich damit in Ihren Mund herupbohre, Sie fast nichts spüren werden. Und wenn alles nichts hilft, dann mache ich Ihnen mein neues Gebiss. Ich habe alles in meiner Praxis dafür da. Bitte, nehmen Sie doch Platz.